Bevor ich dich jetzt vorstelle, muss ich schon mal sagen, von deinem Namen habe ich schon so viele unterschiedliche Ausdrucksweisen gehört. Tchakowski, Ratzkowski, Schatkowski und so weiter und so fort und ich dachte mir, bevor wir hier anfangen, für die Kollegen von Sport1, von Sky, von der Sportschau, wie auch immer, Marc wird jetzt einmal sagen, wie genau er denn richtig ausgesprochen wird. Aber vorab würde ich gerne mal wissen, was du denn glaubst, was richtig wäre. Ich habe mich ja vorbereitet, insofern. Achso, okay. Nein, also mein Nachname wird Schatkowski ausgesprochen und daher heiße ich Marc Schatkowski. Hier ist FC St. Pauli FM, hier ist meine Elf mit Marc Schatkowski.